Für mein Informatikprojekt habe ich eine Anlage entwickelt, welche rote und blaue Papierkugeln sortiert. Die Sortierung erfolgt über den Farbsensor TCS230 und einen Servomotor. Die Anlage soll rote und blaue Farben erkennen. Wenn am Sensor rot erkannt wird, dann soll der Servomotor nach rechts kippen. Auf dem Display steht dann roter Gegenstand und die Anzahl der roten Kugeln. Wenn blau erkannt wird, dann soll der Servomotor nach links kippen. Am Display steht blauer Gegenstand und die Anzahl der blauen Kugeln. Wenn keine Farbe erkannt wird, dann soll der Servomotor in Ruheposition bleiben und am Display wird die aktuelle Anzahl der blauen und roten Gegenstände ausgegeben. Zum Programm. Als erstes werden die Bibliotheken für den Servomotor und den LCD-Display eingebunden, um diese benutzen zu können. Danach beginnt die Variablen-Deklaration. Die Farbsensor-Kontakte werden mit dem Arduino verbunden und die Variablen für die Farben und die Zähler werden als Integer deklariert. Außerdem erhält der Servomotor noch einen Namen und die Pins für den Display werden festgelegt. Im Setup werden dann die Kontakte des Farbsensors als Output bzw. Input festgelegt. Außerdem werden die LEDs des Servos angeschaltet. Dem Display wird ein Wert zugewiesen und der Servo erhält einen PIN. Der serielle Monitor wird für Testzwecke und zur Überprüfung eingebunden. Zum Void Loop. Die Funktion Color wird am Ende noch besprochen. In der ersten IF-Abfrage wird die Farbe Blau abgefragt. Der Wert 10 hat sich aus mehreren Tests als am besten herauskristallisiert. Wenn die Bedingung True wird, also der Wert von Blau gleich 10 ist und der Wert von Blau kleiner, dem Wert von Rot ist, dann wird alles zwischen den geschweiften Klammern nacheinander ausgeführt. Das heißt, der Inhalt des LCD-Displays wird entfernt. Der Zähler der blauen Farben wird um 1 erhöht. Der LCD-Display zeigt in der ersten Zeile den Text an und in der zweiten Zeile die Anzahl der erkannten blauen Kugeln. Der Servo kippt nach links auf 60 Grad. Die Else-If-Abfrage wird ausgeführt, wenn die obige IF-Abfrage nicht erfüllt ist und die Bedingung für sie selbst erfüllt ist. Der Wert 9 hat sich wieder durch Tests als am besten herauskristallisiert. In dieser Abfrage geschieht prinzipiell dasselbe wie oben. Es bezieht sich allerdings alles auf einen roten Gegenstand und der Servo dreht in die andere Richtung. Else kommt dann in Frage, wenn keine Farbe erkannt ist. Die Anlage befindet sich in der Ruheposition. Als letztes wird die oben schon genannte Color-Funktion weiter ausgeführt. Dort wird der Farbsensor angesteuert und ausgelesen. Ich habe den Anschlussplan in Fritzing dargestellt. Für den Farbsensor habe ich leider kein passendes Bauteil gefunden, also habe ich ihn mit diesem Textfeld dargestellt. Über das Steckblatt habe ich den Arduino mit den Bauteilen verbunden. Der LCD-Display ist zusätzlich mit einem Potentiometer verbunden. Über diesen kann der Kontrast des Displays eingestellt werden. Weil ich den beiden aufgefahren bin! Daher wird der Kabel losgekl нижend部 ausgelenkt Noten-Nun. Wie der Kabel. Und jetzt bis zum nächsten Mal in blöden. Wie die Kabel. Weil ich die Kabel losgeklonferraten für eine Karate. Wie die Kabel. Wie die Kabel. Bis zum nächsten Mal.